So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Franz Kafka Video Game. Ja, wir haben in der letzten Folge dieses Zugrätsel geschafft und das war gar nicht mal so leicht. Und dieses komische Schloss, Vorhängeschloss hier, was eigentlich ziemlich einfach war, wenn man es dann gepeilt hat. Und jetzt sehe ich, hier geht es schon wieder los mit dem nächsten Zahlenrätsel. Na mal schauen. Überraschend, noch eine Tür. Ja, wir müssen natürlich ausgerechnet in diese Tür, wo wieder ein Zahlen-Code-Ding ist. Oh, ach nein, sowas hasse ich ja. Oh, kennt ihr das? Als Kind gab es doch diese Schieberätsel. Oh Gott, und das kriege ich immer gar nicht hin, weil ich mich immer nicht traue, Sachen wieder kaputt zu machen. Na mal schauen, ob wir das hinkriegen. Das wird eine Weile dauern, denke ich. Gucken wir mal. Zum Glück sind das nicht allzu viele Dinge, aber ich bin echt immer so, ich möchte immer nichts kaputt machen. Ich traue mich da immer nicht, was zerstören wieder, was mal geklappt hat. Na verdammt. Ja, seht ihr, da geht es schon los, dass ich jetzt hier wieder nichts kaputt machen will. Dafür bin ich einfach nicht gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Da habe ich, glaube ich, auch nicht so die Vorstellungskraft, ehrlich gesagt, mir das vorzustellen, wo was hin muss. So, jetzt habe ich die erste Reihe und traue mich wahrscheinlich gleich nicht mehr weiter. Ja, verdammt. Warum kann die sechs nicht einfach da oben bleiben? Das wäre doch auch okay gewesen. Mal gucken. Ist doch einfacher als gedacht anscheinend. Jetzt ist nur die Frage, wo muss die freie Stelle sein? Ich hoffe hier. Oh, ernsthaft? Da muss nicht die freie Stelle sein? Das ist gemein. Ah, nein. Aber warum nicht? Oder muss ich noch irgendwas drücken hier? Das sah doch jetzt so gut aus, Mensch. Ernsthaft? Es geht nicht nach Zahlen. Diese scheiß Lampe, warum hat das keiner vorher gesagt? Okay, wir müssen das hier hinkriegen. Okay, also... Wie machen wir das hier am besten? Die müssen auf jeden Fall hier hin. Das muss da oben hin. Oh Gott. Das kann ich mir doch gar nicht merken. Kriegen wir irgendwie hin. Kriegen wir irgendwie hin. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie es eigentlich sein soll. Wenn wir das gerade schon einmal so ähnlich hinbekommen haben, schaffen wir das auch wieder. Wir müssen uns nur irgendwie merken, wo was hinkommt. Ähm. Okay, das da oben ist richtig. Die hier müssen in die beiden Ecken rein. Das werden wir doch wohl irgendwie schaffen. Hm. Mist. Annamor. Ach ja, da geht's schon wieder los. Ne, das ist blöd. Was geht? Es ist nicht so viel, dass es gar nicht machbar ist. Huch. Ach, wir haben hier eine Dings wieder verschoben. Ach, Menno. Das ist falsch. Das muss da oben hin. Irgendwie alles merken. Ja, wenn man hier, ähm, vergisst, welche Zahl nochmal was war, dann ist das nicht so gut. Ja, doch, das passt, ne? Ähm, dann in die andere Ecke, das jetzt, was da unten ist. Was sehr schlecht ist. Oh Gott, da müssen wir auf jeden Fall was zerstören, oder? Kriegen wir das? Ne, das kriegen wir nicht anders hin. Ja, und jetzt wird es dadurch wieder alles schwierig. Sehr, sehr schwierig. Mist. Oh, ich hasse sowas total. Das war gerade so schön einfach und jetzt ist wieder alles blöd. Ähm. Ja, und schon haben wir es wieder kaputt gemacht. Oh Mann, das kann eine ganze, ganze Weile bei mir dauern. Ich warne euch vor. Ja, wie gesagt, ich, ich, äh, ich will echt immer nichts zerstören. Wie kam denn das jetzt da hin? Oh Gott. Ähm. Uns bleibt nichts übrig, als das hier erstmal kaputt zu machen. Moment, welches war es jetzt? Das hier. Ich würde gerne erstmal eine Reihe fertig kriegen irgendwie. Ich weiß nur nicht genau, wie wir das machen sollen. Ich glaube, sowas funktioniert auch gar nicht mit einer Reihe erstmal fertig machen, oder? Ich glaube... Ne, genau, falsch rum. Ne, das wird nix. Oder vielleicht doch. So, eine Reihe reicht doch, oder? Ich finde, das kann man durchaus so gelten lassen. Oh Gott. Okay, äh, das, äh, bin ich jetzt selber überrascht, dass ich das geschafft habe. Also, ich dachte, ich brauch da jetzt drei Jahre. Das ist ja putzig hier, das Viech. So. Können wir den ansprechen, den werten Herren? Oder das werte Vögelchen? Guten Tag. Ja, so würde ich so eine Kreatur auch ansprechen. Ähm. Entschuldigung. Glaubt nicht, dass ich dich nicht bemerkt habe. Aber meine Arbeit ist so wichtig. Ich kann nicht einmal eine kleine Pause machen. Stürzen wir sonst ab, das wäre doof. Wer sind sie? Ich bin der Heizer. Gott des Feuers und Meister des Unterdecks. Für viele Jahre habe ich diese Öfen unerbittlich am Leben erhalten. Oje, deswegen ist der aus Dünn, der ist nix. Endlich, eine einzige vernünftige Person. Okay, weil er den Ofen heizt, war gut. Es passieren so viele absurde Ereignisse und ich verstehe einfach den Sinn und Zweck nicht. Ja, das ist typisch für Kafka. Du liegst falsch, wenn du glaubst, diese Dinge würden als Konsequenz irgendwelcher Gründe passieren. Dinge passieren nur, weil sie passieren. Das klingt ziemlich dumm. Lass mich dir eine Parabe erzählen, die das alles erklärt. Oh, bitte nicht die Ringparabe. Ich glaube, das passt nicht. Und ich wette... Ah, nein. Okay. Ein nächstes Vorhängespiel. Ui, wen haben wir denn hier? Ähm, hi. Irgendwo am Rande der Welt ist ein Tor und dahinter findest du alle Antworten. Nur ein einzelner Türwichter beschützt den Eingang. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Oh, ein kleines Füchstchen. Ein kleiner Borkohl. Ich reise schon eine lange Zeit durch die Welt auf der Suche nach dem Tor. Darf ich eintreten? Ja, das ist möglich, aber nicht jetzt. Oh. Das sieht so traurig aus. Löse erst mein Rätsel. Ich glaube, wir müssen das Rätsel lösen. Ja, wusste ich es doch. Oh, das sieht aus wie so ein schönes Mandala. Können wir hier irgendwas... Ah, okay. Was haben wir denn hier alles? Okay, eine Uhr. Oh je, dann müssen wir beraten, welche Dinger wir freisetzen müssen. Eine Blume. Haben wir hier irgendwelche Hinweise? Wir haben den... Okay, wir können sonst nichts mehr machen, außer dieses Ding hier anzuklicken. Wie viele konnten wir? Vier Stück? Ja, vier Stück können wir, als die Reihenfolge wichtig ist. Hä? Guck mal. Hier ist dunkel auf einmal. Aber es dreht sich. Okay, es bringt uns also nichts, weil das Ding sich dreht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das sind auch nicht zwölf. Die hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, viel mehr. Bringt also auch nichts. Aber das hat doch bestimmt was zu bedeuten. Das ist doch bestimmt hier irgendwie wichtig. Sechs, sieben, acht. Ha. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, acht. Ah, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, man braucht meinen Ange... Oh, man weiß nicht, das dreht ist blöd. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun und neun. Ähm, weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ähm, okay. Und das sind mehr. Das bringt nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Warte mal, ich fang mal hier bei irgendeinem Fixpunkt an. Sagen wir mal, ich fang hier an bei dem... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Sechzehn heißt vier Uhr. Eins, zwei, drei, vier. Ähm... Neun, neun, vier. Und nun? Eins? Ich weiß nicht, geht das jetzt einen Punkt? Hm, nee. Irgendwas ist falsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun wäre dann zweimal Quatsch. Ich dachte halt, wir zählen die Punkte. Und ja, das wäre dann das. Müssen wir das hier schon mit zählen? Ne, das wäre zu viel. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier Punkte. Aber hätte man so nehmen können. Weil wir auch vier haben. Oder die Blumen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wollen wir das probieren? Und in der richtigen Reihenfolge? Ähm, Moment. Nee. Alter, das hier sind doch viel zu viele. Ich glaube nicht, dass das dann vier ergeben würde, die ganzen Dinger hier. Hm. Aber uns wird hier auf jeden Fall ja einen Anfangspunkt gegeben. Und ich glaube, das ist halt damit, wir eben ordentlich abzählen können, obwohl es sich dreht. Bin ich der Meinung. Wir können auch die Dinger hier drin nochmal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Wäre auch wieder sechs. Achso, aber die sechs haben wir ja aus dem hier gezählt. Hm. Ähm, was waren das jetzt hier alles? Oh Gott, ich habe schon wieder alles vergessen. Nee, was waren das jetzt? Oh Mann, ich glaube, ich muss aufschreiben. Warte mal, das... Das hier war jetzt die 18 Uhr. Das waren die Neuner. Damit sind wir auf... Ähm, sind wir da auf 16 Uhr gekommen? Ein... Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Und jetzt eigentlich eins. Ne, okay, dann glaube ich, müssen wir wirklich mal auf den Block hier gucken. Ach, ernsthaft. Ach, das ist ja fies. Ich fange hier an, die ganzen Dinger zu zählen, Mensch. Das sind neun. Ach. Mann, ey. Aber mit neun waren wir schon richtig. Ach, schön. Äh, Moment, jetzt... Das sind Einsen. Jetzt muss ich selber nochmal gucken, wie man das erkennt. Neun, eins, ähm, achten. Das ist ja echt gemein. Acht. Und was war das andere? Jetzt muss ich nochmal suchen. Wir haben den Kreis. Wir haben den Kreis als Achter. Das als Einser. Und was war das hier? Dreie? Muss die richtige Reihenfolge sein. Neun. Acht. Eins. Doch, das ist, glaube ich, ne Drei. Hä? Sag mal. Ach, das ist ne Sieben. Ach. Ach. Okay. Ne, ja, äh, Mann. Entschuldigung, ich stelle mich gerade ein bisschen vertrottelt an. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen erkältet bin und gerade sowieso konzentrationstechnisch nicht so gut dastehe. Kann ich nun endlich eintreten? Ja, das war fies. Ich glaube, jeder versucht da erstmal die Punkte zu zählen. Aber wie immer bei diesem Spiel braucht man wirklich diese Draufsicht. Hier passt total das Sprichwort ein. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Weil man versucht sich immer die ganzen Bäume sozusagen anzugucken, aber das gesamte Große kommt irgendwie abhanden. So, kann ich nun endlich eintreten? Die Zeit ist noch nicht gekommen. Ah, ich hab's fast geahnt. Aber hab ich es nicht verdient einzutreten? Nein. Die Rätsel öffnen nicht das Tor. Sie lassen nur die Zeit schneller vergehen. Oh. Das ist die Parabel. Aus einer Parabel soll man ja immer am Schluss etwas Wichtiges lernen. Und so wartete er am Tor, bis er im hohen Alter starb. Oh, falsche Stimme. Und so wartete er am Tor, bis er im hohen Alter starb. So stelle ich mir eine Stimme vor. Von einem Vogel. Aber diese Geschichte ist ja total zusammenhangslos und ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht. Du hast überhaupt nichts verstanden. Du bist so damit beschäftigt, Antworten zu finden, dass du nicht bemerkst, was um dich herum geschieht. Sonst hättest du schon gemerkt, dass wir längst am Ziel angekommen sind. Hm. Okay. Ja, und wir erreichen den nächsten Akt. Das ging ja jetzt mal fix. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch Schluss, damit wir dann in den nächsten Akt, ähm, ja, froh und munter rein starten können. Und ich hoffe, ja, ich hoffe, es stört euch nicht so, wenn ich dann ab und zu mal in den Notizblock gucke. Ich möchte das nur nicht immer unnötig in die Länge ziehen, alles für euch. Aber ich versuche es natürlich so selten wie möglich zu machen. Ich habe es ziemlich oft gemacht, leider. Aber, ja, manchmal hat es dann doch ohne geklappt. Und, also, ja, ich hoffe, euch macht das Let's Play Spaß. Ihr habt ein bisschen Freude daran. Die Parabe gerade war doch sehr niedlich irgendwie mit dem Füchshin und der Vogel ist ganz cool. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und gucken mal, was uns da so abgedreht ist, erwartet. Bis dann!